So, wir greifen jetzt mal an. Alter, da bleibt immer neun Gesundheit haben die noch, weißt du, rein theoretisch. Dauert es eine Runde und wir haben die. Dummerweise kommt diese Runde halt nicht. Zack, so, einmal nach hier zurück. Ähm, nach klar. Ach, das ist jetzt der Mäusebecken, dass da nur gerade diese blöden Dings ankommen. Ist so, das ist mehr als so zu melken. Aber die Barbaren reiten wieder weg, okay. Aber die Stadt kriegt natürlich auch mit jedem Zug wieder neue Gesundheit, ja. Für jeden Zug, den wir länger brauchen. Haben wir denn da noch genug Einheiten? Was war da, äh... Pass mal auf. Rein theoretisch. Zack, zwei Einheiten weg und rein theoretisch haben wir sie jetzt. Los, lass uns jetzt haben. Zwölf Leben. Alter, das gibt's nicht. Drei Leben. Drei verfickte Leben. Ohne das Wort verfickt jetzt in den Mund zu nehmen. Aber es sind halt drei. Mhm. Aber, ähm, möchte ich auch noch mal kurz an den Chat sagen. Ich find's jetzt echt toll, dass, dass wir jetzt irgendwie schon so ein bisschen den Status erreicht haben. Dass wir hier so nebenbei spielen und dass wir praktisch schon den Status eines Let's Plays haben, dass man das so nebenbei als eine Art Hörspiel nutzen kann. Das freut mich. Das beglückt mich. So. Nächste Runde. Und rein da. Frieden. Nein, Vorschlag ablehnen. Ich will keinen Frieden. Ich will die jetzt einfach haben. Das ist meine Stadt jetzt. Da kannst du machen, was du willst. Drei von zwanzig leben, also. Bloß wenn die, wenn die jetzt groß hochheilen, dann hab ich ein Problem. Weil die Barbaren, die machen mich hier grad ein bisschen kalt. So. Mhm. Die Barbaren sind wirklich barbarisch. Die kennen wirklich keine Grenzen. Ein. Ein Gesundheit. Ein. Und nur noch eine Einheit. Mhm. Scheiße. Heilen sie sich wieder. Mhm. Scheiße, scheiße, scheiße. Ohne das Wort in den Mund zu nehmen, aber es ist scheiße. Kannst du sagen, was du willst? Alter. Gut, ich mach. So ein Wechselstoff-Ein-Produkt. Wobei, so langsam wie die, wie die sind. Ich baue mal. Soll ich mal ein Katapult bauen oder so? So ein Stoffwechsel-Ein-Produkt. So ein Käse, ey. Das größte Stoffwechsel-Ein-Produkt, was es gibt. Mhm. So. So. So, wir bauen in diese Stadt hier jetzt mal... Einheiten! Einheiten! Stadtmauern. Wir brauchen mehr Einheiten! Ich baue Stadtmauern. So, zack. Ich trau mich nämlich. Und hoffe darauf, dass... Dass wir es jetzt hinbekommen. Es ist rein theoretisch eine einzige Runde. Wie viele Runden? Wie viele Runden brauchen die Stadtmauern? Ziemlich. Geil. Die Barbaren hauen ab. Die Barbaren hauen ab. Oh. Puh. Die versenken einen auch immer die Schiffe. Die blöden Barbaren. Ja. Machen die uns noch Schaden? Machen die uns noch Schaden? Ne. Ne. Also... Bogenschützen halt nicht. Deswegen gehe ich auch nur mit Bogenschützen in der Zeit ran. Kann man mit denen einmarschieren? Wahrscheinlich nicht. Echtes religiöses Denken ohne... Scheiß drauf. Ich brauche jetzt keine Politik. Ja. Gut. Kacke. Wir haben erst nur versagt für ein paar Runden. Wir müssen jetzt möglichst auf diesen Level halten und so schnell wie möglich da unten mit Truppen ankommen. Hm. Spiele und Erholung können wir jetzt endlich mal machen. Und wir schicken einen Gesandten nach Hongkong. Übrigens an den Chat. Ich will jetzt nicht betteln, aber... Ich sage das in jeder Runde mindestens einmal. In jedem Stream mindestens einmal. Wenn euch das Stream gefallen, könnt ihr natürlich auch gerne Follower da lassen. Es gehört einfach dazu. Das muss ich halt sagen. Das muss gesagt werden. Das muss gesagt werden. Okay. Okay. Hm. Und das Problem ist... Ey, ohne Spaß. Die würden mir 394 Gold bieten und ein Gold pro Runde für 30 Runden lang. Und halt den Frieden. Ist halt eine unheimliche Menge, aber will ich halt... Ich habe da jetzt so viel für verloren. Ja. Nein gesagt. Die Stadt ist... Die Stadt ist mehr. Die Stadt ist mehr wert. Ja. Die ist mindestens... Mindestens 500 Gold wert, sage ich mal. Na klar, der sieht seine Fälle davon schwimmen, ist ja klar. Auf 14. Okay, wir bleiben derzeit konstant. Wenn wir so weiter angreifen, müssten wir konstant auf 14 bleiben, bis wir hier unten Truppen hinbekommen. Das ist natürlich der Idealfall. Und die kriegen wir von wo? Haben wir welche? Ne, hier oben werden gerade Handwerker gemacht und danach werde ich eine Truppe bauen, die sich sehr, sehr schnell fortbewegt. Eine Truppe, die schnell geht und sich schnell fortbewegt. Ey, die Barbaren, wenn die sich jetzt mal mit einmuschen, dann haben wir echt ein Problem. Dann hat es sich wirklich erledigt. 18. Wenn es... Ja. Dann wird es sehr, sehr, sehr schwierig. Wir bleiben echt nicht mehr so konstant. Die haben jetzt 18. Hallo und vier Zuschauer übrigens. Danke, dass ihr dabei seid. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Dann wird es wirklich extrem schwierig, weil die sind... Die können die Stadt ja auch einnehmen. Die Barbaren, die rennen hier nur kurz rein und rennen dann sofort wieder raus. Aber... Was passiert, denke ich, wenn Barbaren die Stadt einnehmen? Dann muss man von denen die Stadt wieder zurückerobern. Gut, in der nächsten Runde werde ich aber... Aber mit denen kann man doch Handel treiben. Also die, die bilden auch, äh... Die machen auch Städte oder können welche einnehmen und dann kann man mit denen Handel treiben. Aber... Speer... Ähm, ne... Bogenschützen würden für uns in Frage kommen. Sieben Runden in der Stadt hier. Ohne Spaß, da warte ich lieber noch. Na, warte ich nicht. Scheiß drauf, ich mache jetzt die Bogenschützen und hoffe darauf, dass das gut geht. Kann man die Einheit hier schon kaufen? Ich weiß gar nicht. Wie könnte ich... Wie wäre das möglich, eine Einheit zu kaufen? Ähm... Also wenn man die gewisse... Wenn man die richtige Technologie hat, müsste man eigentlich auf... Auf Fertigstellen gehen können. Eigentlich auf Einheit kaufen. Oder, äh... Kaufen, Fertigstellen. Ich weiß gar nicht, ob das hier immer noch möglich ist. Ja, kaufen, 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 kaufen. Kaufen ist möglich für Gold. Und wir können auch... Was ist denn das andere? Für Glauben pro Runde könnten wir auch kaufen. Ne, wir kaufen mal für Gold. Aber ne, ne, Sofortkauf geht nicht. Ne. Ne. Sofortkauf geht nur bei Speer derzeit. Für anderes haben wir nicht genug Geld. Scheiße, 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 Scheiße. Muss... Muss ich einfach so sagen? Da kann ich auch meine Worte nicht zügeln. Also das ist ja die einzige Möglichkeit eigentlich. Und Spaß, 399 Münzen ist ja inzwischen. Pass auf. Ich warte noch ein bisschen ab. Und wenn er mir... Ich sag mal... 550 bis 600 Münzen bietet. Denn sage ich ja. Mhm. Aber die Stadt ist trotzdem Mehrwert. Ja, aber... Naja, weil... Es geht hier aber auch nicht voran, weißt du, weil... Mhm. Ach man. Und jetzt kommen die Barbaren hier immer mal dazwischen. Vor allem, man vernachlässigt ja seine eigene... Ist so. Seine eigene... Strategie. Genau, genau. Seine eigene... Seine eigene Infrastruktur aufzubauen. Die kommen hier denn noch nicht richtig voran. Die sind inzwischen wieder bei 33 Stärke. Und es geht nicht richtig voran. Wir brauchen jetzt eine starke Einheit und das Ding ist weg. Aber... Toll, bis die da ist. Ja, dadurch, dass wir den Elefanten... Dadurch, dass wir den Elefanten verloren haben, ist es natürlich nicht einfach. Das war schon unsere wichtigste Einheit. Und den natürlich nachzubauen, wird nicht gar nicht so einfach. So, und jetzt sind wir auf 37. Das heißt, es geht hoch. Wir waren ja noch auf 14. Mhm. Das heißt, es geht langsam hoch. Es geht sehr schnell hoch. Die heilen sich sehr schnell. Es kommt auch durch die Stadtmauer. So, nächste Runde. Warte mal, warte mal. Ich kann mich nicht an eine Herrschaft halten, die keine Würde hat. Die Welt muss davon erfahren. Genoziert euch. Ihr habt einen Spieler auf ihrem Kontinent angegriffen. Welchen Spieler auf ihrem Kontinent? Was denn? Da fehlt mir denn doch was bei Civilization. Und zwar... Die Anzeige. Wo fängt der eine Kontinent an und wo hört der andere Kontinent auf? Mhm. Weil ich habe jetzt keine Ahnung, wen ich da angegriffen habe, dass die das verärgert hat. Hätte er jetzt jeden Spieler angreifen können. Ähm... Mann, 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 Mann. Aber ich habe schon ein paar schöne Thumbnail-Ideen, ähm... Für die nächsten Ideen. Die Anzeige gibt es. Oh, die Anzeige... Okay. Hier unten wahrscheinlich, oder? So bei den Kartenoptionen, oder? Ähm, Siedler. Ah, Kontinent. Siehste? Mit der Linse kann man das machen, da werden die Kontinente eingefärbt. Okay. Kann man die Konti, ähm, jetzt mal an den Chat? Ähm, ja, ja, okay. Ähm, hast du auch eine Ahnung, ob es möglich ist, dass wir, ähm, den Kontinent, ähm, praktisch die Kontinentalgrenze verschieben, dass wir irgendwie, indem wir uns Land erkämpfen, die Kontinentalgrenze von hier nach dort irgendwie verschieben, dass das irgendwie... oder ist das nicht möglich? Das wäre natürlich auch nochmal eine sehr, sehr nette Funktion. Mhm. Also bei den anderen Spielen ist es ja dann immer, dass die, ähm, diese, ähm, Kulturgrenze sich verschiebt. Vielleicht ist es ja möglich. Wird uns der Chat ja bestimmt gleich sagen. So, nächste Runde. Und die Landesgrenze sich verschiebt. So, 405 Münzen ist anzwischen und es reicht uns nicht, nein. Da müsste er, wenn er 405 Münzen, dann muss er mir schon eine andere Stadt dazugeben. Aber das ist ja auch nicht die Sache. Ah, das, das wird er ja nicht wollen. Eine Stadt Frieden bekommen, damit, äh, damit ich eine andere nehme, damit ich eine andere kriege. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Wird ich auch ganz klar zugeben. So, in vier Runden werden die Bogenschützen hier fertig. In acht Runden ein Streitwagen oder Sperrkämpfer. Ähm, ich glaube nicht, dass, ähm, äh, das, äh, ich denke, das ist festgelegt. Ähm, kann ich mich aber auch irren. Ja, okay. Wäre jetzt auch nicht so schlimm, ähm, wenn nicht, aber, ähm, irgendwie habe ich ein bisschen Angst davor mit, ähm, mit, ähm, der USA auf einem Kontinent zu sein. Ähm, ich, ich habe nichts gegen die USA, aber dadurch, dass die halt ziemliche Probleme haben, wenn man ihr Kontinent was antut und wenn wir mit denen zu einem Kontinent gehören, stelle ich mir das ein wenig, ähm, würzig im Abgang vor. Sag ich, sag ich mal ganz vorsichtig. So, also, naja, aber ist ja auch nicht so schlimm. Aber danke für den Rat. So. Und die Bogenschützen sind fertig. Genial. Mhm. Und wir produzieren da mal schnell. Schreien machen wir hier. Ich hätte nämlich gerne einen und danach brauchen wir endlich Stadtmauern. Das geht und geht nicht voran. Die sind inzwischen wieder auf, mit beiden Angriffen, die ich darauf ausübe, sind die schon auf 45, ähm, leben wieder nach einer Runde. Mhm. Und jetzt hat die Stadt noch irgendwelche Truppen rausgeholt, die uns angreifen. Das ist mies. Ach ne, das sind die Barbaren. Warum greifen die Barbaren denn jetzt an? Die haben damit ja auch nichts zu tun. Was soll denn das? Mhm. Ach du Scheiße. Pecha, werden uns die Barbaren noch zum größeren Problem als der Rest. Mhm. Ne, erste Runde. Mann, Mann, Mann. Deshalb sind ja die Barbaren barbarisch. Hatte ich hier oben nicht auch irgendwo noch einen Streit? Oder war ich damit schon da unten? Ja. Jetzt haben die Barbaren unsere eine Einheit erledigt. Und wir kriegen die Probleme. Und die Tod? Wie, oder? Die Tod? Ähm, die sind tot, ja. Woher geschützt? Eine Einheit aber nur, die andere. Die andere lebt noch. Pass mal auf, ich kann doch mal England ganz nett fragen. Ob die uns irgendwie, die haben halt ne ultra gute Beziehung gerade. Wir sind fast auf dem vollen Balken. Kann man die nicht irgendwie fragen, ob die uns netterweise, ähm, beim, beim Krieg helfen? Hm. Wir können doch mal offene Grenzen aushandeln. Hm. Äh, ich mach offene Grenzen mit England. Was hältst du denn davon? Hm. Dann mach ich das mal. Ähm, wie äußerst freundlich und aufmerksam von euch. Jetzt haben wir beide offene Grenzen. Das ist doch mal schön. Das ist doch mal schön, dass ich das mit ein wenigstens gut verstehe. So. Große Persönlichkeit können wir jetzt auswählen. Hm. Das ist schlecht. Ich lese mir die mal durch und, und frage, sag mal, ähm, wer in Frage kommt. Ähm, ich kenn da von einigen nicht und kann auch von einigen den Namen nicht aussprechen. Aber für mich kommt sowieso nur Michelangelo oder wie auch immer man ihn ausspricht. Aber auf jeden Fall kenn ich den irgendwo her. Und Galileo Galilei kommt für mich halt in Frage. Hm. Also welchen wollen wir nehmen? Ich würd mal sagen den Physiker, ne? Also Galileo Galilei? Hm. Okay, dann. Okay, wie können wir den jetzt aber auswählen? Achso, ne, es geht sogar noch weiter hier. Ähm. Ah, Vivaldi würde auch noch gehen, ja. Mhm. Aber Vivaldi, ich weiß nicht. Aber, achso, das ist sowieso nix zum auswählen. Achte, okay, das ist nix zum auswählen. Ach, das sind nur generell Leute, die es hier gerade bei uns gibt. Achso. Achso, ähm. Hä? Hä? Ist denn unsere Aufgabe? Ihr habt eine große Persönlichkeit verdient und müsst nun entscheiden, ob ihr sie annehmen oder ablehnt. Hä? Ah, der, der eine, der, der eine da vorne, der links. Achso, ja genau, der erste. Da stand was anderes. Und zwar, ähm, Etel Fledder oder so. Auf jeden Fall ist das aus dem Mittelalter. Und, ich muss halt gucken, ob der passt. Ist halt ein großer General und ich denke ein großer General. Rekrutieren wir mal, weil ich denke... Die Hingabe unserer Zivilisation für militärische Angelegenheiten hat unter unseren Truppen einen großen General hervorgebracht. Wenn sie auf dem Schlachtfeld klug eingesetzt werden, können Generäle die Schlacht zu unseren Gunsten wenden. Perfekt, also wir haben, ähm, wir haben jetzt einen großen General bekommen. Dadurch, dass wir ihn ausgewählt haben. Ist natürlich sehr, sehr schön. Ja, sowas ist hilfreich. Und... Irgendeine Einheit braucht Befehle. Ach ja, der große General. Und der kann sich bewegen. Oh mein Gott, geht so schnell. Eine andere Stadt transformieren. Wie sagt man, ich transformiere den in den, in die und dann kann der in der nächsten Runde in die andere. Genial. So, 410 Münzen. Mensch, mein Freund, das reicht mir nicht. Ich möchte aber auch kein Gegenangebot machen. Aber der kriegt Schiss, der kriegt, der kriegt Schiss, also... Er, ähm, er kriegt Angst. Also jetzt höre ich mal, dass die Barbarne jetzt keine Scheiße bauen. Dann... ...